Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder mal das gleiche wie vor einem Video, vor ein paar Videos oder so. Und zwar nehmen wir heute eine Runde YouTuber Street Trower im Double Format auf. Und heute haben wir statt dem lieben Hashtag Cheesy, dem JustDelta dabei. Und ja, hallo schon mein Lieber. Ja, und er ist Forum Sub auf dem Mainz.net Server. Also Cheesy, wer das nicht wusste, war Sub und er ist jetzt Forum Sub. Das heißt, wir haben die Sub soweit durch, dann können wir das nächste Mal mit dem Moderatoren weitermachen. Und ja, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt suchen wir uns wieder zwei aus dem Teamsweek raus, aber diesmal überspringen wir das, glaube ich, einfach und sehen uns direkt ingame. Und ja, dann bis gleich, Leute. Ja, Leute, nachdem wir fünf Jahre auf jemanden warten müssen, wenn der bei Minecraft startet, sind wir jetzt in der Runde drin. Und ja, mal gucken, ob das wieder so easy wird wie sonst immer mit JustDelta, weil du bist so schlecht. Nein, Spaß. Ähm, ja, Leute, hier, Mainzucht Cape ist auf dem... Also, wenn ihr Mainzucht Cape habt, dann müssen wir direkt... Ja, nicht so wie ich. Ja, dann erzählt mal eure Story. Wer will anfangen? Was wollen... Wer hatte... Wer... Er hatte doch... Einer hatte irgendwas mitgebrochen im Bein. Fangen wir doch erstmal mit dem Kleineren an. So, ich meine, so kleiner Finger ist ja erstmal so... Wir wollen uns ja steigern, Leute, wisst ihr. Erstens für ein bisschen kleiner anfangen. Aua. Das war... Sorry, Leute. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm auf dem Mikrofon. Ich habe nur ein paar Mal auf den Tisch geschlagen. So, okay, dann erzähl. Dumm, 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 dumm. Lass mich raten, dein Mein Kopf hat sich aufgehangen. Also, er läuft hier rum. Ein wildes... Pst, du musst jetzt anfangen, zu erzählen, was mit deiner Story ist. Ja, nein, ich mache halt eine Kampfsport. Ja, und da habe ich halt, ähm... Bin ich halt gegen jemanden geknallt mit einem kleinen Finger. Jetzt dachte ich, es kommt irgendwie so ein epischer Fight oder so. Und dann bricht ihr euch beide euren Finger oder so. Und dann läuft ihr einfach nur gegeneinander. Das wäre so, wie wenn ich mich beim Schwimmen... Also, Leute, wenn jetzt nicht wirklich in meiner Freizeit schwimme ich. Wenn ich an den Beckenrand mir stoße und einen kleinen Finger breche. Aha. Just Data, kannst du eigentlich irgendwas? Boah, beide, fast beide runter. Ja, beide runter. Ich bin eine Maschine, Leute. Okay, eigentlich nicht, Leute. Ich wollte eigentlich nur gerade cool tun, so, wisst ihr. Ja, okay, also... Die müssen wir uns vorstellen, Leute. Da kommt so einer, der macht dann so... Komm, Ching, Boom, Young. Und dann rennen die so gegeneinander. Und er bricht sich einfach nur den kleinen Finger. Sehr spannende Geschichte. Ja, aber bewegen kann ich den eigentlich. Ach so, also er ist gebrochen, aber du kannst ihn bewegen. Das ist ja... Ja, so... Runter! Nein! Oh Gott! Uh! Angriff! Ja, 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 ja! Komm weg! Oh, Just Data, du kannst nicht einfach reinlaufen. Kennst du die Flor... Oh mein Gott! Als ob ich ihn jetzt fast noch runterhätte. Ja, beide. Just Data, hast du überhaupt schon einen Kill gemacht? Ja, ich höre. Also, du hast mehr Tode als ich. Hä, was laufest du? Du hast mehr Tode als ich. Hä, ja, du bist vorhin zweimal runtergefallen. Nein, das ist ne Lüge. Was geht denn da unten grad ab? Ich höre irgendwelche Geräusche aus meinem Wohnzimmer. Also nicht meinem, sondern von meiner Familie, aber... Das ist irgendwie creepy. Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist der, der müssen aufpassen. Da kommt er nämlich einfach durch und denkt, er kann es schaffen. So. Alles gut? Geht's? Da steht der Pulli-Kupon hier. Prima. Prima geht's dir, oder? Alles Knorkel. Perfekt. Stell dir mal ne Truhe auf, da tun wir jetzt ganz tausend wertvolle Sachen rein. Damit, ja, niemand die da rausholt. Achtest du bitte auf den Weg, dass da nicht schon wieder einer ankommt? So. Ähm... Da ist noch einer. Oh, ja, ich wusste, dass der da ist. Ich wollte eigentlich so tun, als würde er ihm... Ich dachte, der rennt an mir vorbei und denkt, ich hätte ihn nicht gesehen. Ach, ist nicht sein Ernst. Kommst du mit dem alleine klar? Nee. Ja, kommt er. Oh, nee. Wo ist denn der andere Typ? Der ist an eurem Bett. Nein. Passt du bitte auf den Weg auf. Ja, der kommt gerade einer. Hab ihn. Hopp. So, wo ist der andere? Da drinnen. Durch die Ehe. Nein. Nein. Erstmal durch... Hä, halt's auf. Sag doch, dass du... Oh mein Gott. Ich dachte, du killst den. Das ist echt zu schwierig. Oh, nein. So, hier nimm mal das Bronzy. Ich hab das eingesammelt. Da oben liegt's. Und kauf dir irgendwie was Gutes. Bau das Bett ein bisschen besser zu. Und jetzt geh ich mal auf Angriff. Jetzt werdet ihr marsch... Rasiert. Marschiert, Alter. Jetzt werdet ihr marschiert. Habt ihr gehört? Jetzt werdet ihr marschiert. Jetzt im Teufel, was machst du da hinten? Sneakst so komisch rum. Wow. Sonst noch irgendwelche Fragen. Oh mein Gott. Was? Als ob er ein Schwert hat. Wie viel Herzen hatte ich denn nur noch? Drei. Toll. Jetzt hab ich mal was. Nein, ich meinte, ich... Hatte ich nur noch so wenig Herzen? Oder hattest du einfach so ein gutes Schwert? Ich hatte das beste Schwert. Achso, okay. Dann kann das natürlich sein. Kannst du jetzt mal einen Kill machen, Just Delta? Ja. Hat er doch. Sehr gut. Stell's auf dich. Achso, da kommt noch einer. Raus! Boah, Apfeleis, Alter. Ist der da? Nein! Weg! Oh! Hast du das überlebt? Nein! Oh, zum Glück. Hast du vielleicht noch ein bisschen Bronze? Nein. Ja, ich hab Bronze. Aber kriegen wir das. Okay, nice. So, kriegst du nicht. Finde ich gut. Oh, die kommen von unten. Danke. Ja! Fast wäre... Was? Bin ich ein bisschen weit nach da gegangen. Ja, müssen wir nur ein bisschen drauf achten und so. Doch, da kommt jetzt einer. Oh, da ist die Felskrambreite aufgegangen, Leute. Ich guck mal gleich, dass ich die neu anschließt, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Ja, ich komm gleich. Wahrscheinlich hat er so Hits, Alter. Ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich gibt er so Hits, Alter. Als ob er so Hits gibt. Just Delta, Alter. Was machst du eigentlich? Du läufst erstmal in die falsche Richtung, Alter. Wie schlecht bist du denn? Ja. Hä, als ob er so Hits gibt? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich gibt er diese Hits. Ich sag ja, ich sag ja, Leute. Der hat gerade eben Hackline gestartet, ja? Zuschauer hackt in der Aufnahme. Ich sag's euch. Das ist der Titel. Oh mein Gott, Leute. Warte, ich mach ganz kurz noch. Ne, ich lass die Felskram jetzt einfach draußen, Leute. Wenn euch das Video gemeinhaltet, ich hoffe... Wir haben verloren, Just Delta. Aber, Leute, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob er gehackt hat. Dann banne ich ihn einfach permanent für diese Dreistigkeit in der Aufnahme. Ich glaube mal nicht, dass du gehackt hast, sonst... Shame on you. Immerhin hab ich nicht. Ja, Leute, wenn ihr mehr Bock habt auf noch so, ähm, YouTube-Ausage zu schauen, dann, äh, ja, Double Edition oder so. Schreibt mal Teammitglieder rein, mit denen ich das gerne mal spielen soll. Oder, ähm, ja, generell irgendwelche Leute. Ich wünsche euch noch einen super tollen Tag, ähm, ja. Schaut bei allen Leuten vorbei, die man vielleicht in der Aufnahme gesehen hat. Denkt dran, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt, noch einen schönen Tag. Oh, das war mein Kopf. Ih. Ach. Raus rein. Ciao, ciao. Uh. Luh, luh, luh. Trinken wir jetzt etwas? Nö, werdet gebannt permanent. Ich hab jetzt eigentlich mal so eine Frage. Wie ist das eigentlich so mit meiner Story? Ach so. Da war ja noch was mit der Story. Ja, dann erzähl die einfach noch kurz. Ich hab die Aufnahme eh noch nicht gestoppt. Was ist denn passiert? Wahrscheinlich ist eh nur irgendwas gebrochen. Ja, das... Nein, ähm, ja, ich hatte ein Fußballspiel und, äh, gab halt so ein bisschen Streit. Und ein Typ meinte mich halt ein bisschen an den Schirmans treten zu müssen. Und dann war ich halt eine Woche später im Training. Und dann ging gar nichts mehr. Also, da kamen dann auch die Schmerzen. Und ich auch mal zum Doc gegangen. Und er meinte, ich hab mein Bein gebrochen seit einer Woche. Also, so Fußballspielen, alles so mit... Ja, du hast einfach mit gebrochenem Bein Training gemacht. Ja, moin. Mach ich auch jeden Tag. Ja, ich hab